Hellenistische Herrscher und römische Kaiser hatten eine sehr große Machtfülle, was vor allen Dingen auf ihrem unvorstellbaren Reichtum basierte. In diesem Video möchte ich Ihnen nun anhand des antiken Pergamons zeigen, wie eine antike Residenz ausgesehen hat. Wie waren die Paläste gestaltet, wo wohnten die Herrscher, wie waren sie geschützt und welche Gebäude zählten alle zu einem antiken Palast. Das antike Pergamon liegt im Westen der heutigen Türkei. Der Ort wird seit über 100 Jahren unter deutscher Leitung erforscht. Dort, wo sich heute nur Ruinen erheben, hat in antiker Zeit eine der bedeutendsten Metropolen des östlichen Mittelmeerraumes gestanden. Wie diese Stadt ausgesehen haben könnte, kann ich Ihnen anhand eines virtuellen Modells der brandenburgisch-technischen Universität Cottbus-Senftenberg zeigen. Das Herrschergeschlecht der Ataliden herrschte auf dem Burgberg ab ungefähr 200 vor Christus und herrschte über weite Teile der heutigen Türkei. Die wichtigsten Herrscher waren Atalos I. und Eumenes II. In Pergamon lag die Basileia, der Palastbezirk an der höchsten Stelle des Stadtbergs. Die Könige thronten also bereits räumlich über ihren Untergebenen. Gegenüber der tiefer liegenden Stadt war der Palastbezirk durch schroff abfallende Hänge und eine mächtige Mauer gesichert. Der Hauptzugang bestand durch ein Tor im Süden. Es hatte eine Durchgangsbreite von lediglich drei Metern und seitlich einen Turm. Damit entsprach es in seinem Aufbau den Stadttoren der Zeit. Das virtuelle Modell des Stadtbergs zeigt, wie stark der Zugang in diesen Palastbezirk gesichert war. Unmittelbar hinter dem Tor und der Palastmauer befanden sich Lagerräume für Militär und Verpflegung sowie Räume zur Unterbringung einer Wachmannschaft. Der Zugang zum König war also stark gesichert. Es ist davon auszugehen, dass jede Person, die den Palastbezirk betreten wollte, überprüft worden ist. Nachdem man Einlass in den Palastbezirk erhalten hatte, führte eine relativ schmale Straße an den unterschiedlichen Baukomplexen entlang. Was heute ein weitläufiges Ruinenfeld ist mit nur wenig hoch erhaltenen Grundmauern, war in der Antike dicht bebaut. Unmittelbar hinter dem Burgtor erreichte der Besucher die zweistöckige Fassade eines repräsentativ gestalteten Torbaus. Während die Fundamente in Pergamon liegen, sind die Bauteile im Pergamonmuseum in Berlin wieder aufgebaut. Dahinter befindet sich ein Gebäudekomplex, den man nicht unbedingt in einem Palastbezirk erwarten würde. Ein Heiligtum für Athena. Das Heiligtum besteht aus einer weitläufigen Platzanlage, die an drei Seiten von Säulenhallen umgeben war. Von hier aus boten sich spektakuläre Ausblicke nach Westen auf die tiefer liegende Stadt und das Umland. Am Rand des Platzes standen der Athenertempel und der Altar, der das Zentrum des Heiligtums bildeten und an dem regelmäßig Opferfeiern zu Ehren der Stadtgöttin stattfanden. Das Heiligtum war aber nicht nur ein religiöser Ort. In den Räumlichkeiten im Norden befanden sich das königliche Archiv und wahrscheinlich auch eine bedeutende Bibliothek. Außerdem standen hier Bekanntmachungen und Dekrete auf Tafeln aus Bronze und Marmor, in denen sich der König an seine Untertan richtete. Im Süden des Heiligtums stehen wir nun vor einer langen Basis. Darauf haben Statuen besiegter und in Selbstmord getriebener Galater bzw. Gallier gestanden. Vielleicht werden Sie jetzt denken, was machen Gallier in dieser Region? Es handelt sich um Nachfahren von circa 20.000 keltischen Söldnern, die zu Beginn des dritten Jahrhunderts vor Christus angeheuert worden sind und sich dann im Raum des heutigen Ankara niedergelassen haben. Gegen diese Galater errangen die pergamenischen Könige Athalos I. und Eumenes II. entscheidende Siege, die sie entsprechend ins Bild setzten. In das Athene-Heiligtum kamen die Bewohner der Stadt also aus unterschiedlichen Gründen. Als wichtigstes Heiligtum der Stadt beging man hier bedeutende Kultfeiern, sicherlich gemeinsam mit dem Königshaus. Die Bewohner informierten sich über die neuesten Bekanntmachung, Ausgewählte nutzten die Bibliothek, bei Ansicht der Statuen der geschlagenen Bebaren bewunderten alle den Mut der Könige gegen diese schrecklichen Feinde. Die Wohn- und Empfangsräume der Herrscher lagen unmittelbar gegenüber des Athene-Heiligtums. Sie verfügen jeweils über einen großen zentralen Innenhof, an den sich unterschiedlich große Räume anschlossen. Bei den Ausgrabungen vor mehr als 100 Jahren haben die Archäologen das Erdreich bis weit unter den antiken Laufhorizont abgegraben. In dem virtuellen Modell des Hauses wird deutlich, wie reich dieser Komplex ausgestattet war. Im Untergeschoss grenzten an den Innenhof mehrere große Räume. Diese waren mit Mosaiken ausgelegt. Die Wände waren mit Marmor und Stuck verkleidet. Insgesamt kann man sich die Ausstattung dieser Räume nicht prächtig genug vorstellen. Die Räume im Untergeschoss wurden für ausschweifende Gelage genutzt, zu denen die Könige mit ihren engsten Vertrauten oder auch mit auswärtigen Gästen zusammenkamen. Wegen seiner Größe dürfte in diesem Raum die Kliene, also das Liegemöbel des Königs gestanden haben. Je näher die eigene Kliene an der des Königs stand, umso höher war man in der Hierarchie am Hof angesiedelt. Der Komplex verfügte auch über ein Obergeschoss, in dem die Wohnräume der königlichen Familie vermutet werden. Während also der untere Teil für repräsentative Empfänge und Zusammenkünfte genutzt worden ist, lagen oben die privaten Gemächer der Herrscher. Die breite Bevölkerung von Pergamon dürfte diesen Teil des Palastbezirkes nur in großen Ausnahmefällen gesehen haben. An der nördlichen Spitze des Bergs liegen die sogenannten Arsenale, auf die wir nun in dem Video hinunterblicken können. Es sind fünf langrechteckige Gebäude, deren Böden auf Stelzen standen. Dies ist ein Beleg dafür, dass in ihnen Getreide gelagert worden ist. Ebenfalls wurden hier Geschosskugeln und Pfeile für Geschütze gelagert. Beides waren wichtige Dinge, um eine Belagerung der Stadt erfolgreich bestreiten zu können, was in der politisch unruhigen hellenistischen Zeit durchaus häufiger vorgekommen ist. Die Macht der Könige beruhte letztendlich auch auf dem Inhalt der Getreidespeicher. Die Basileia in Pergamon war also viel mehr als ein Palast in unserem modernen Sinne. Es war der Ort, wo die Herrscher wohnten und Empfänger abhielen. Die entsprechenden Räume waren sehr luxuriös ausgestattet. Durch seine Lage an der Spitze des Stadtberges war dieser Bezirk von den übrigen Bauten der Stadt entrückt. Dies entsprach dem Sicherheitsbedürfnis der Herrscher. Der Bezirk war gegenüber der Stadt durch eine Mauer und ein Tor abgegrenzt. Gleichzeitig lag in diesem Palastbezirk das wichtigste Heiligtum der Stadt. Die Herrschaft der Könige stand somit unter dem Schutz der Stadtgöttin. Die Bewohner der Stadt besuchten das Heiligtum zu unterschiedlichen Anlässen. Deutlich abgeschlossener und nur in seltenen Fällen für die normale Bevölkerung zu erreichen, waren die Empfangs- und Wohnräume der Herrscher. Ebenso verschlossen waren die Kasernen und Magazine im Norden des Stadtbergs. Der Palastbezirk brachte also alle Bereiche zusammen, auf denen die Macht der Herrscher beruhte. Militär, Religion, Politik, Lebensmittelversorgung, Wissenschaft und Luxus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020